Die dritte edle Wahrheit Glück und Wohlbefinden sind möglich Sobald wir die Ursachen unseres Leidens erkannt haben, werden wir sehen, dass deren Transformation zu einem Ende des Unwohlseins führt, das heißt zu Wohlbefinden. Das Aufhören des Leidens und die Existenz von Wohlbefinden ist die dritte edle Wahrheit. Sind die Wurzeln des Leidens nicht mehr da, können wir frei und glücklich sein. Wir handeln ethisch, motiviert von unserem Verstehen und unserem Mitgefühl. Wohlbefinden und Unwohlsein Wohlbefinden ist das Ende von Unwohlsein, so wie Licht das Ende der Dunkelheit bedeutet. Die dritte edle Wahrheit erinnert uns daran, dass es nicht nur Leiden, nicht nur Unwohlsein, sondern dass es auch Wohlbefinden gibt. Weil Unwohlsein endet, ist Wohlbefinden gegenwärtig. Das Aufhören von Unwohlsein beinhaltet die Präsenz von Wohlbefinden. Die dritte edle Wahrheit bestätigt die Existenz, die Möglichkeit von Wohlbefinden. Die dritte edle Wahrheit erinnert uns daran, dass es möglich ist, glücklich im gegenwärtigen Moment zu leben. Es ist die Bestätigung, dass wir Unwohlsein transformieren können. Es gibt einen Pfad, der zum Glück führt, und diesen Pfad müssen wir ergründen. Die dritte edle Wahrheit basiert auf dem Verständnis, dass jeder von uns die Buddha-Natur besitzt, Buddha-Tha, den Samen eines Buddhas in sich trägt. Wir alle verfügen über die Fähigkeit, achtsam und konzentriert zu sein und tiefer Einsicht zu entwickeln. Die Samen wässern Buddhistischer Psychologie zufolge sind in jedem menschlichen Wesen die Samen der verschiedenen Geistesformationen. Wir haben die Samen des Mitgefühls und der liebenden Güte in uns. Wir haben aber ebenso die Samen der Begierde und Gewalt in uns. Welche Samen sich dann manifestieren, hängt zu einem großen Teil davon ab, welche Samen in unserer Kindheit und durch unsere Vorfahren gewässert wurden. Es ist wie ein Strom fließenden Wassers. Heben Sie einen Kanal aus, der nach Westen hin abfällt, wird der Strom nach Westen fließen. Bei einem Kanal, der nach Osten abfällt, wird das Wasser nach Osten fließen. Wir können lernen, wie man einen Kanal aushebt, der sich in Richtung Glück und Wohlbefinden senkt. Glück ist relativ. Ungeachtet allen Leidens in der Welt, gibt es für jeden von uns viele Gelegenheiten, Glück zu erfahren. Wenn wir durch Übung die Samen der Achtsamkeit wässern, wird sich uns das Glück zeigen. Als ich neulich am Morgen den Wasserhahn auftrete, um mein Gesicht zu waschen, spürte ich den Kontakt meiner Hände mit dem Wasser. Ich spürte die Frische des Wassers. Das Wasser war entweder aus einer tiefen Quelle in der Erde oder aus dem Gebirge gekommen, und es war verbunden mit dem Wasserhahn in meinem Zimmer. Draußen war es sehr kalt, und so war auch das Wasser sehr kalt, und als ich meine Augen benetzte, war das so erfrischend wie die Lehren des Buddha. Wann immer ich meine Zähne putze, tue ich das so bewusst und achtsam, dass ich frei von aller Aufregung, aller Sorgen und Projekte bin. Ich weile friedvoll, frei und glücklich im gegenwärtigen Moment, in Berührung mit dem, was positiv ist, wie dem kalten, klaren Wasser. Meine Augen sind noch in einem guten Zustand, und meine Beine lassen mich noch immer gehen. So bin ich sehr glücklich. Glück ist etwas sehr Relatives. Mit wachsender Achtsamkeit nimmt auch das Glück zu. Sie sind glücklicher, weil ihnen all die positiven Elemente in ihrem Leben bewusst geworden sind. Doch wenn sie nicht achtsam sind und sich ihren Sorgen, ihrem Ärger oder ihrer Angst überlassen, dann werden sie in diesem Moment nicht glücklich sein. Glück im gegenwärtigen Moment finden Stellen Sie sich vor, dass Sie sich Sorgen um Ihre Gesundheit machen. Vielleicht sind Sie krank, und Sie denken immer wieder an die Vergangenheit, an Zeiten, in denen es Ihnen gesundheitlich besser ging. Möglicherweise gehen Ihre Gedanken auch immer wieder in die Zukunft, und Sie malen sich aus, dass die Situation immer schlimmer wird. Das aber verschwendet Ihre Energie. Wenn Sie um Ihre Gesundheit besorgt sind und Ihre Energie dafür verwenden, sich Sorgen zu machen, und Sie ratlos sind, was Sie tun sollten, dann sollten Sie auf jeden Fall in den gegenwärtigen Moment zurückkehren. Das gibt Ihnen die Chance, die Einsicht und Weisheit zu erlangen, die Sie wissen lässt, was Sie tun und was Sie lassen sollten. So werden Sie leichter dafür sorgen können, Ihre Lage zu verbessern. Sobald Sie in den gegenwärtigen Moment zurückkehren, erkennen Sie, dass Sorgen und Spannungen in Ihnen sind. Spannungen in Ihrem Körper und Sorgen in Ihrem Geist. Sie wissen, dass das für Ihre Heilung nicht gut ist. Kehren Sie zu sich nach Hause zurück, können Sie herausfinden, was Sie tun können, um Schritte in Richtung Transformation und Heilung einzuschlagen. Den Körper entspannen und damit auch die Spannungen lösen, die Sorgen nicht weiterverfolgen. Als Praktizierende wissen wir, wie wir achtsam atmen und den Atem natürlich fließen lassen. Wir wissen, dass Ein- und Ausatmen sehr freudvoll sein kann. Einige Leute sagen, oh, ich kenne den gegenwärtigen Moment, er ist sehr langweilig. Diese Menschen haben sich daran gewöhnt, gedanklich in der Vergangenheit festzustecken und in der Welt der Erinnerungen zu leben. Sie haben es sich nicht zur Gewohnheit machen können, im gegenwärtigen Moment zu sein. Sie fühlen sich in der Vergangenheit zu Hause. Ständig sorgen sie sich um vergangene Sorgen, ängstigen sich aufgrund vergangener Ängste und so weiter. Oder Menschen träumen ständig von Zukunftigem und nehmen Dinge vorweg, die passieren könnten. Wenn sie den gegenwärtigen Moment für langweilig halten, dann deshalb, weil sie nie wirklich im gegenwärtigen Moment waren. Doch die Gegenwart ist Leben. Da gibt es eine ganze Welt zu entdecken. Ihr Körper ist hier im gegenwärtigen Moment. Ihr Leben ist hier im gegenwärtigen Moment. Die Welt ist hier im gegenwärtigen Moment. Darum ist es so wichtig, dass wir immer wieder in den gegenwärtigen Moment zurückkehren, damit wir wirklich unser Leben leben können. Achtsames Gehen Durch achtsames Gehen können Sie Spannungen in Ihrem Körper lösen. Wenn Sie sich wirklich auf Ihre Schritte konzentrieren, dann sind Sie vollständig im Hier und Jetzt angekommen und Ihnen sind die Wunder des Lebens bewusst, die da sind, um Sie zu nähren und zu unterstützen. Sie sind in Berührung mit dem Leben und Sie schreiten auf dem Pfad der Heilung voran. Einatmend bin ich mir der Spannungen in meinem Körper bewusst. Wenn Sie auf diese Weise atmen, tun Sie bereits etwas für Ihre Heilung. Wenden Sie sich dem Hier und Jetzt zu und entdecken Sie die Dinge, die Sie sofort tun können, um Ihre Heilung zu unterstützen. Sie werden dann wissen, was Sie essen sollten und was Sie nicht essen sollten, weil es nicht gesund für Sie ist. Sie werden wissen, welcher Freund, welche Freundin Ihnen bei Ihren Problemen helfen kann. Sie können Entscheidungen für Ihre Gesundheit treffen. Ich bin entschlossen, dies nicht mehr zu essen, jenes nicht mehr zu trinken und nicht mehr zu rauchen. Der gegenwärtige Moment schenkt uns Einsicht, sodass wir wissen, was zu tun und nicht zu tun ist und welche Ressourcen uns im Hier und Jetzt zur Verfügung stehen. Unsere Übung ist daher stets, dass wir in den gegenwärtigen Moment zurückkehren, indem wir all den Wundern des Lebens begegnen, die uns zu erfrischen, zu nähren und zu heilen vermögen. Gehen Sie zum gegenwärtigen Moment zurück, werden Sie herausfinden, dass dort viele Bedingungen für Ihr Glücklichsein auf Sie warten. Sie können hier und jetzt glücklich sein. Die einzige Frage ist, ob Sie auch fähig sind, glücklich zu sein. Sie suchen vielleicht Glück, doch wenn es da ist, sind Sie gar nicht imstande, Glück zu empfinden. Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Kind und gehen an einer Bäckerei vorbei. Sie sehen durch das Schaufenster so viele köstliche Dinge und Sie hoffen, dass Sie eines der wundervoll aussehenden Kuchenstücke haben können. Sie wären so glücklich, wenn Ihre Mutter Ihnen ein Stück Kuchen kaufen würde. Ihr kindlicher Verstand lässt Sie hoffen, eines Tages so frei zu sein, dass Sie einfach eine Bäckerei aufsuchen und alles essen könnten, was Sie wollten. Stellen Sie sich vor, der Bäcker lädt Sie ein, reinzukommen und sagt, »Mein liebes Kind, du kannst alles haben, was du willst. Der ganze Laden ist dein.« Wie würden Sie reagieren angesichts all der wundervollen, köstlichen Dinge vor Ihnen? Vielleicht wären Sie verwirrt, wüssten nicht, wo Sie beginnen sollten. Sie würden vielleicht ein Stück Kuchen probieren, doch wenn Sie zu schnell essen würden, wären Sie schnell so satt, dass Sie gar nichts mehr essen könnten. Wenn wir nach Hause in den gegenwärtigen Moment zurückkehren, geht es uns ähnlich. Es gibt so viele wundervolle Dinge, so viele Bedingungen für unser Glücklichsein, die uns zur Verfügung stehen, dass wir nicht wissen, was wir tun und wie wir beginnen sollten. Wir beginnen mit achtsamem Atmen, achtsamem Gehen und achtsamem Bewegen. Wir suchen den Kontakt mit der Natur, um zu sehen, ob wir mit der Schönheit und dem Glück, die uns das Leben schenkt, umzugehen wissen. Es ist sehr wichtig zu lernen, wie man einen Schritt achtsam, frei und entspannt setzt. Das kann Heilung und Transformation, Freiheit und Freude bringen. Sie sind eingeladen, nicht nur einen, sondern zwei, drei, vier Schritte zu machen. Und es wird Sie einfach glücklich machen. Und Sie werden herausfinden, dass es viel mehr Bedingungen gibt, als Sie dachten, die Sie glücklich machen. Achtsamkeit, Konzentration und Einsicht sind die Quellen des Glücks. Wenn wir achtsam auf etwas sind, beginnen wir uns wie von selbst darauf zu konzentrieren. Unsere Konzentration mehrt die Qualität des Glücks. Nehmen wir an, Sie haben eine Tasse guten Tees vor sich. Sind Sie achtsam, werden Sie sich auf Ihren Tee konzentrieren. Der Tee wird etwas sehr Reales. Die Zeit des Teetrinkens macht Sie glücklich, weil Sie nicht abgelenkt sind. Ihr Geist ist nicht in der Vergangenheit oder Zukunft oder gedanklich mit allen möglichen Projekten befasst. Der Tee ist das Objekt Ihrer Konzentration. Und darum kann das Tee trinken Sie auch so glücklich machen. Je konzentrierter Sie sind, desto größer ist Ihr Glück. Wir sind daran gewöhnt, Geld und Macht für Quellen des Glücks zu halten. Doch wir haben bereits so viele wahre Quellen des Glücks in uns, dass wir gar nicht wissen, wie wir uns an ihnen allen erfreuen können. Wenn Sie achtsam und konzentriert sind, erwächst daraus Einsicht. Sie brauchen Einsicht nicht zu erzwingen. Einsicht wird Sie glücklich machen, denn sie hat stets etwas Befreiendes. Sind Sie von Ängsten beherrscht, können Sie nicht glücklich oder freudvoll sein. Wohnen Sorgen, Verlangen oder Begierden in ihnen, können Sie nicht friedvoll oder glücklich sein. Doch dank der nötigen Einsicht verschwinden Ängste und Begierden, und wahres Glück stellt sich ein. Samthusta – Wir haben bereits genug Der Buddha sprach von Samthusta. Was bedeutet, dass wir mit unseren Lebensbedingungen, so wie sie sind, zufrieden sind? Sie haben bereits genügend Bedingungen, um glücklich zu sein. Wenn Sie achtsam sind, brauchen Sie auch nicht mehr. Dann fühlen Sie sich sicher und wissen, dass Sie bereits jede Menge Bedingungen zum Glücklichsein haben und dass Sie nicht der Zukunft entgegeneilen müssen, um dort noch ein paar mehr Bedingungen zu ergattern. Es gibt so viele Menschen ohne akademische Abschlüsse, die sehr glücklich sind. Es gibt viele ohne ein großes Haus oder ein großes Auto, und sie sind vollkommen glücklich. Samthusta wird manchmal auch übersetzt als das Gewahrsein, dass man mit wenigem zufrieden ist. Samthusta, das Nicht-nach-etwas-Verlangen, ist vielleicht für manche zunächst schwierig zu verstehen, doch wenn wir üben, das wahrzunehmen, was in uns und um uns herum ist, und es benennen, wird es klar. Dieses Konzept zu verstehen, ist eine wichtige Grundlage für eine globale Ethik. Es gibt nicht wenige Menschen, die über viel Geld und Macht verfügen und doch sehr unglücklich sind. Diese Menschen leiden unter Stress, Einsamkeit, Begierden und Süchten. Wir müssen uns nur umschauen und können mit eigenen Augen sehen, dass Macht, Geld und Begehren keine überzeugenden Antworten sind. Wir brauchen dafür niemanden, der uns das erzählt. Wir brauchen dafür keinen religiösen Glauben. Jeder und jede von uns besitzt die Fähigkeit, zu mehr Glück. Aber wir vermögen auch anderen, zu mehr Glück zu verhelfen. Wir alle haben die Buddha-Natur. Üben wir uns darin, glücklich im gegenwärtigen Moment zu leben, wässern wir die Samen der Buddha-Natur in uns und helfen ihnen zu wachsen. Der Buddha hat den Pfad zu Glück und Wohlbefinden entdeckt, weil er diese Weisheit in sich selbst berührt hat. Wir müssen es ihm nachtun. Wir können nicht erhoffen, dass uns jemand anderes verhilft, den Pfad zu finden. Um die Samen der Weisheit in uns zu berühren, müssen wir nur mit achtsamem Gewahrsein sitzen, gehen, zuhören und handeln. Wenn wir imstande sind, zusammen diesen Pfad zu beschreiten, dann auf der Grundlage unserer eigenen Praxis. Nicht, weil ein Gott es so verfügt oder es in einem Gesetz von Staatswillen festgelegt worden wäre. Aber es wird oft mit dem Knall minus Land zu halten, sondern um den Pfad zu gewinnen und Absoluten festgelegt worden wäre. Sie müssen ja auch mit dem Knall werden. Aber ich habe es nicht mehr gehört. Und das ist nicht mehr wert, wir müssen das Ganze mit dem Knall sein. Aber es ist nicht mehr wert und das ist nicht mehr wert. Aber es wird der Grundlage unsererbertätigung nicht mehr verhilft, sondern der Pfad zu dem Knall II und der Pfad zu lassen. Wir müssen Menschen mit der Pfad zu finden, sie müssen sie übernehmen. Untertitelung des ZDF, 2020